was machst du denn warum hältst du dir denn die augen zu hallo ja hallo ich wollte mal schauen wie das ist wenn man nicht sehen kann wenn man blind ist was aber komische ideen aber das ist nicht schön und wie war das das ist doof ganz doof du kannst keine blümchen sehen du siehst keine sonne mehr und keine farben ganz ganz doof das gefällt mir gar nicht das ist wirklich das glaube ich wohl dann kannst kannst du mich auch nicht sehen du kannst die kinder nicht sehen und andere menschen nicht das stimmt das ist nicht schön da kann ich nicht spielen da konnte ich gar nichts machen das ist wohl richtig aber weißt du da fehlt mir eine geschichte zu ein es gibt eine jesus geschichte über blind sein ich liebe jesus geschichten erzählte mir eine mache ich du bist aber heute schmusik was ist los okay dann legen wir los also ganz vor ganz ganz langer zeit da lebte ein blinder mann in der nähe der stadt oder in der stadt jericho und zu dieser zeit lebte auch jesus und jesus war mit seinen jüngern und mit seinen fans war oder mit den leuten die ihn gut fanden war er auf dem weg nach jerusalem denn dort wurde das passer fest vorbereitet und gefeiert das war ein ganz großes fest bei den juden und so kam er auch in der stadt jesus 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 vorbei und wie gesagt ganz viele menschen die zogen mit ihm und 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 dann und dann ja wartet doch mal ab wo mein tue ich auf da macht immer schnell zu so prima und dann und dann also jetzt geht es weiter und dann saß der bettler bachtimäus das ist der blinde konnte auch nicht sehen gar nichts nee ich sagte er kann gar nichts konnte der sehen und deswegen konnte der auch nicht arbeiten und nicht spielen und hatte keine familie und früher dann saßen die bettler am straßenrand mit einer schale und warteten einfach darauf dass leute vorbeikamen und denen etwas geld in die schale legten damit sie sich was zu essen kaufen konnten das ist zum glück heute anders aber es gibt immer noch leute die betteln vielleicht hast du das ja auch schon mal gesehen ja in der stadt habe ich das schon mal gesehen da sitzen menschen die haben ein becher oder eine schale und die sammeln geld genau so war das mit dem blinden bachtimäus auch und als jesus vorbeikam hat er sich sehr gefreut denn er hatte schon von jesus gehört und davon dass jesus auch menschen gesund machen kann und dann als jesus dann in der nähe war er hörte das ja nur er konnte das nicht sehen aber heute das ganz viele menschen stimmen und hat er gefragt er jemand gefragt was ist los wer kommt und dann hat ihm jemand erzählt dass da kommt jesus oh super dann hat er sich gefreut oh jubi genau und dann als jesus dann vorbeikam hat er gerufen jesus jesus bitte hilf mir bitte rette mich was meinst du wohl was er sich gewünscht hat von jesus dass er wieder sehen kann das hat er sich gewünscht bestimmt ganz bestimmt genau und hat dann gesagt jesus bitte bitte hilf mir mach mich gesund aber die anderen haben gesagt ruhig bachtimäus störe den meister nicht der wild nach jerusalem der hat gar keine zeit für für bettler wie dich aber jesus hatte das gehört und dann und dann und dann und dann hat jesus gesagt lass den blinden bachtimäus zu mir kommen und hat den bachtimäus gefragt bachtimäus was ist los mit dir dann hat der blind ist genau und dann hat jesus gefragt was kann ich für dich tun und dann hat der bachtimäus sich natürlich gewünscht dass der wieder sehen kann und dann hat jesus gesagt du hast an mich geglaubt also mache ich dich gesund und dann und dann ja und dann ist nämlich ein wunder geschehen so nennt man das denn der blinde bachtimäus der konnte wieder sehen juhu dort aber glück hat hat jesus das gemacht hat jesus das gemacht ja ja genau jesus hat den wieder sehen gemacht das war ein wunder das war das letzte wunder was jesus getan hat bevor er gestorben ist aber davon hören wir natürlich später oder es ist eine schöne geschichte wenn menschen wieder gesund werden und jesus so ein tolles wunder verbracht hat ich freue mich schon auf euch dann und die ganzen geschichten die noch kommen es gibt noch viele geschichten und da wirst du bestimmt auch bei sein juhu juhu tschüss kinder tschüss tschüss kinder tschüss tschüss kinder bis bald bis bald